Es liebte mich, was hat du erlaubt, dass mein Leid das Schaum tut, der hat mir traut. Was ist die Schuld, wie in das vermissen Tag, was ist die Schuld, wie in das vermissen Tag. Da versammelten sich die Hohen, bis dort schlief die Wirken, und die Ältesten im Volk in den Palast des frohen Priesters, der war bis bei Fass. Und hörten Rat, wie sie Jesu in Liste triffen und töteten, sie sprachen aber noch. Was ist die Schuld, wie sie das schlief die Hohen, die war bis bei Eich. Die Walde und die Buriese, die war bis bei Fass. Wir sind die Obersten zu verabschiedern. Da zu ihm ein Teil, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Hand. Da er zum Tisch es fass, kam nach seinen Jüngern an, wo er sehr unwillig schlag. Untertitelung des ZDF, 2020